Babypuppen Hallo Freunde, Babyborn kümmert sich um ihre Spielzeugtiere. Gute Idee! Dann werde ich heute mein Haustier pflegen. Luna! Hallo Luna! Freunde, darf ich vorstellen? Das ist meine Katze Luna. Nein, mein Schatz. Damit können wir Luna nicht bürsten. Das ist ihre Bürste. Bürsten wir sie. Luna genießt es, gebürstet zu werden. Schaut mal, wie viel Haare in der Bürste sind. In dieser Jahreszeit ist das aber ganz normal. Es ist wichtig, dass man auch in die entgegengesetzte Richtung des Haarwuchs bürstet. Und danach bürsten wir wieder in Wuchsrichtung. Schaut mal, wie viel Haare in der Bürste sind. Jetzt muss ich mit einem feuchten Tuch Lunas Ohren reinigen. Man muss dabei aber sehr vorsichtig sein. Und jetzt die Augen. Fertig! Ja, mein Schatz? Oh, du hast für Luna ein Halsband gebracht. Schau mal, hier habe ich noch mehr Halsbänder. Lass uns eins aussuchen. Mal sehen. Das ist ein schwarzes Halsband mit rosa Katzenaugen drauf. Das ist ein rosa Halsband mit Bildern von Hunden und Pfötchen drauf. Das ist eine schwarz-grüne Hüftleine. Das ist auch eine Hüftleine. Sie ist rot und lila. Und mit kunterbunten Hundebildern. Such dir eins aus, Babyborn. Das rosa Halsband also. Okay, mein Schatz. Prima. Rosa steht, Luna. Ich glaube, sie hat ihre Katzenpflege genossen. Luna. Babyborn. Hast du Hunger? Es ist Zeit für dein Fläschchen. Ja, mein Sonnenschein. Jetzt bekommst du deine Milch. Tschüss, Freunde. Tschüss, Freunde. Bis zum nächsten Mal.